Willkommen zu einer neuen Folge vom Landschaftssimulator 15 mit Let's Play Together. Zusammen mit Sam und Samtacta. So, wir haben ein bisschen eingekauft. Hier habe ich einen kleinen Rasenmäher, Hockey. Wunderbare. Prächtig, prächtig. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Sieht zwar immer noch keinen Sinn. Jawohl, ich schon. Also, dann nebst dem, habe ich jetzt schon in der Führung gestellt, hat es noch einen Tieflader gegeben plus einen schwarzen Auflieger. Die stehen jetzt halt schon da. Dann mache ich sicher noch mal Palama. Dann können wir die Wallen einsammeln und die in den BG anbringen. Machst du Ballermann. Ballermann. Da kommt Audi, fettes Audi. Jetzt gibt es einen Radarkasten. Dort gehen wir langsam rein bei dir. Bei mir. Warum? Was soll das? Auf welchem Feld sind wir vorne gewesen? Zwei. Juhu. Auf welchem Feld sind wir vorne gewesen? Zwei. Juhu. Zwei. Die Ballen Sammelstelle, die ist noch dort. Ja, dort steht sie. Ja, die Sammelstelle. Die ist ja schon vollgepackt. Du kannst nur noch abladen. Offroad. Yeah. Eeeeeeeey. Uäh, da ist ja überall Ballen, 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 Ballen. Ich weiss doch eigentlich nicht. Ich bin jetzt am Grubberen. Wenn wir da irgendwie noch einen zweiten Ballenwagen kaufen. Du kommst ja nie mehr fertig. Das ist gleich, wenn nie fertig ist. Wir haben Zeit. Okay. Also Minimum noch 10 Jahre. Dann halt. Das war nichts bei der Eierfrau. Weil da jetzt eh noch ein ganzer Haufen Ballen, die wir dann auch noch abtransportieren müssen. Eben drum. Weisst du auch die Türme, die ich gebaut habe. Und mein Paintballfeld. Eben drum. Ja, da ist Zeit. Aber momentan, wenn wir das Paintballfeld noch so stehen lassen, wir können jetzt nicht mehr bis zur Oberstufe klettern. Mit dem Paintballfeld machen wir noch was Einfaches. Aufladen. Mama. Klar. Wenn du meinst. Jetzt komme ich nicht mehr zur Oberstufe. Komisch. Ausladen vor Aufnahme bin ich zur Oberstufe gekommen. Jetzt komme ich nicht mehr zur Oberstufe. Ein Vorfähreffekt. Oder für Epschuld. Ah, jetzt bin ich oben. Ahem. Man kann doch schön auf mein Audi runter schauen. Ist doch keine SUV-Norm. Ah, Mann. Da ist gerade ein Thumbnail draus. Dann kommen wir runter. Juhu. Ui. Wo bin ich jetzt herren gefahren? Ah, dort hinten rein sollen. Ja, dann kehren wir halt da. Und ich denke, das kenne ich irgendwie nicht. Lalalalalalalalalala. Ähm. Ui. Hast du schon mal geschaut, wie der Typ im Audi drin sitzt? Ja, die Hände im Steuerrad. Geht ja noch. Also, fast. Nein, aber wenn er drinnen sitzt, sitzt ja voll nach links versetzt. Also, er sitzt gar nicht mitten auf dem Platz, sondern links daneben. Schon? Ja. Ja. Kannst du ja dann... Kannst du ja dann... Kannst du ja dann meine... Fahrt auch anschauen, wenn du es nicht selber ausprobieren möchtest. Ja, ihr lieben Motor. Juppe, die sollten drei mehr Mühe geben. Ja gut, ist auch schwierig, oder? Ja, vor allem bei dem Motto hätte sie nur eine Farbe von Autos. So hätte man dann schon ein bisschen mehr warten können, da. Also, so schwer ist das nicht, dass wir endlich gerade herrensetzen. Nur gerade herrensetzen, ist nicht das Problem. Wenn man will. Wenn man will. Aber wenn du schlechte Dings eingekassierst. Aber die Wände, Aline. Ähm, ja, jetzt ist mein Lastwagen im Boden versunken. Dein Lastwagen? Ja, ich komme irgendwie nicht mehr weiter. Oh, ich bin eingehängt unter der Tafel, wo das Gewicht angezeigt. Das sollst du eben nicht. Das ist weniger gesund. Sag was der Tafel. Tafel, du bist schuld. Ja, ich habe das. Ich kaufe da mal einen von denen an, hinten. Willa. Denen Krampi an, hinten. Oh, 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 oh. So, jetzt aber. So. 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 So fahren wir jetzt an. Das Loch her. Und dann gehen wir da hinten. Okay. Verkauft. Und dann gehen wir da hinten. Und dann gehen wir da hinten. So. Ja, ja. So. 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 So, dann gehen wir da hinten. So. So, dann gehen wir da hinten an. So. So, dann verkaufen wir das hier auch noch. Ah, guck mal 10, du hast mir ja vorhin meine Aufliegen verkauft, die ich noch hier hatte. Was habe ich verkauft? Jetzt hast du ja meine Aufliegen verkauft, die ich vorhin hier an der BGA hatte. Nein, den habe ich ja noch. Ah, darfst du verkaufen, wenn du einen schwarzen holst dafür. Schon wieder einen schwarzen. Du kannst meine Rot auch verkaufen, dafür holst du mir einen Dunkelblau. Das wird nicht funktioniert da, jetzt darf ich die Schnelle machen wollen, aber es geht dann eben nicht auf die Schnelle. Oh, nicht passt das da schon. Ui, jetzt habe ich die Haufte aus der Truffel abgeräumt. Ja, ich glaube das passt. Ja, kann man verkaufen. So, weg isen. Dann einmal in den Shop rein gehen. Und dann zuerst... Hoi. Das Ganze in... Weiss. Das Ganze in den Shop. Das ist das für Sie. Das Ganze in den Shop. So, halt ist das... Oh, ja... Herrlich. Gut so. Zurücksetzen. Also ich finde 15 Meter Arbeitsbreite einfach viel besser als nur 6 Meter Arbeitsbreite. Oh nein, da ist ein Bach. Oh, ich habe noch geschafft. Hoppala. Ja, dann sammeln wir das Zeug zusammen. Das wäre auch gemacht. Cool. Wir können das Ganze noch einmal in schwarz kaufen. Oh. Für den Moment wäre das mal erledigt. Mhm. Dass wir das Samen dann später noch nachholen. Tipptopp. So, dann was mache ich jetzt da noch? Du könntest säen gehen, komm. Könnte ich. Auf dem 57. Wo steht denn diese Maschine? Im Griechenbock. Wir müssen gar nicht einmal schauen, ob ich sie finden. Irgendwann steht, sie haben eine Traktore angehängt. Sie haben eine Traktore angehängt auch noch? Ja. Ja. Oh Jesus. Da hast du einfach mal einen Big X. Einen schweren Weg in den Weg. Na rein? Ja. Big X, ja. Und kein Platz. Jetzt wächst da noch ein Jömerle. Mhm. Aber es sind gefährlich durch den Wald da bei ihm durchzufahren. Ja, ja, ja. Dann ist das Schocki-Stein, sonst ist es auch noch zu tief. Juhu. Scho-co-late. Choco-choco. 100%. Na gut. Doch ich sehe nur keine Schick. Im anderen Shop. Was im anderen Shop? Ich meine zwei Shop. Ach jetzt bist du durch den Hörern SHIssback rum gefahren. Also wir wollen das eine richtige Offroad-Action erleben, dann... Schau mal, meine Folge. WaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAP Nein, nein, komm jetzt grad, 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 ich muss die Bremse an. So, dann machen wir die Arbeit ganz einfach und klauen ihm einfach den Traktor. Sauber Gewäscher zurück wieder mit gleich vielen Kilometern. Was? Ja. Schwind, du kriegst es auf mich schmutzig. Hey, das ist ein Niggelnagel, auch ein Traktor für Kilometer, da drauf. Ich weiss nicht, wie neu ich eingestiegen bin, ich fahre jetzt mal mit meinem zu deinem rüber. Wieviel hat er innen? 29. Ah pfff. Mir hat es ungefähr etwa 0. Das stinkt noch nicht und nichts. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das stimmt. Moll, ich bin schon innen gesessen, also. Ah, super. Ich bin mit den Göhlenkleidern, ich bin mit den Göhlenkleidern. 0,8 Kilometer hast du schon gemacht. Nur innen gehackt, bist du gar nicht mehr verkaufen. Was? 0,8, eben, siehst du. Noch keinen einzigen Kilometer da drauf. Ja. Entschuldigung, irgendetwas ist schon am Drehen dort unten, ich sehe jetzt. Was Drehen? Jetzt dreht doch 100 Runden noch bis ich nicht 10 Kilometer da drauf habe. Nein, ich habe nur 10 Maschinen rausgefahren. Kannst du mir den Part anschauen. 10 Maschinen rausgefahren und dein Traktor wieder reingefahren. Das ist leer. Er hat immer noch 0,8 Kilometer. Super. Aber sie ist eigentlich nicht mehr lang. Er ist rückwärts krank und er ist rückwärts krank und er ist rückwärts krank. Die Kilometerzahl. Glaube ich nicht. Ich weiss die aber in der Mutter. So, Abladestellung. So, was pflanzen wir da jetzt an? Ja. Ja, so viel kannst du nicht abpflanzen. Nein. Kannst Luzernen abpflanzen. Kannst Klee abpflanzen. Raps. Dann kannst du Raps abpflanzen. Saat wählen. Ja, so viel kannst du nicht abpflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Saat kann ich abpflanzen. So nicht einmal Raps abpflanzen. Ui. Ein Spaget. Jetzt ist es geworden. Ein Spaget? Startmaschine aufklappen. Die Maschine anschalten. Vielleicht sind wir mit der Kamera ein bisschen weggefahren. Dann gehen wir schon wieder. Uaaaah. Ei, 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 ei. Bah! Sinken muss ich. Ich denke auch noch. Versenken. Äh. Sinken. Da. Wunderbar, hey. In the Navy. Oh, ehh. Ich habe auf dem Pult herumgelacht und dann fahre ich dann mit dem Gebüsch. In the Navy. Ja, dann müssen wir da noch ein paar Runden noch schnell ansehen, weil das Volk neigt sich da schon wieder am Ende entgegen. Das ist ein grosser Platz vom Sebenherr. Hast du einen Haufen Runden in der Drehe? Ja, ja, jetzt müssen wir noch schnell ein, zwei machen, da während der Fahrt. Uiuiuiui, es hat geruggelt. In dem Fall war ich wirklich nichts. Aber es ist nicht gut gegangen, muss ich sagen. Es ruggelt? Hm? Es ruggelt, wow. Sag ich auch noch? Wow, 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 nein, 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 nein! Du liegst schon das zweite Mal im Bach. Das ist ja so zu tun. Das kann nur den Zuschauern dann nicht. Ja, so brauche ich kein Wasser beim Kirchen, sparen wir Geld. Wasserköste haben sie ja gesenkt. Aha. Da führst du den Strompreise runter, also. Schleierst beide mal. Nein, nein, in der Radio immer abgestellt nicht zu fahren. Ja. Ja, ja, das merken wir dann am Dieselverbrauch, ja, ja. Ich habe noch Diesel bis Tuba Gala. Bist du fertig mit Einsammeln? Ich, da? Ja. Nein, jetzt die dritte Lade. So, jetzt fahren wir noch die Bahn fertig und dann machen wir noch eine weitere Bahn. Und dann wäre es dann auch schon wieder gewesen für diese Woche vom Landwirtschaftssimulator. Schönen Sonntag miteinander. Ich hoffe, diejenigen, die es vor der Fahrt haben, wirklich am Sonntag schauen. Alle anderen, die jetzt am Montag gut arbeiten sind. Die werden denken, ja, Sonntag, ha, 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 Witz, komm raus. Witz, komm raus, du bist um 10 Uhr. Wobei, alle die, die ja am Verkauf schaffen, haben ja auch gar keinen Sonntag. Wobei, alle die, die ja am Verkauf schaffen, haben ja auch gar keinen Sonntag. Hm. Was spricht einer aus Erfahrung? Ich schaffe nicht am Verkauf. Nein, du schaffst auf einem Hof. Ja. Ich kann das Ganze noch real life. Gut, einige haben jetzt natürlich auch Ferien, weil... Kurz vor Weihnachten. Können wir gar nicht mehr schaffen. Hm. So, ich bleibe jetzt hier auf jeden Fall stehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben an. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit der Partie. Wir werden es auf jeden Fall sein. Dann natürlich in alte Stärke und dann vielleicht auch wieder das Vierte. Wer weiss, wir werden es sehen. Je nach Motivations. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss miteinander. Ciao. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.